Maaannn Sie spielt! Das ist einfach nur so scheiße gruselig! Mann! So... Und zwar... hier niemand... Oh! Uppsala! Shift und Tab nochmal... Äh... Also was heißt das? Sie muss hier in ein anderes Zimmer... Glaub ich mal... Also was heißt das? Sie muss hier in ein anderes Zimmer... Glaub ich mal... Grrrr... Ich geh mal hier rein... Los! Lange weiter... Warte... Wenn die Viecher immer wieder neu spawnen... Ich würde durchdrehen... Komm... Upps... ... 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 Ach komm Sind alle Türen ab? Sag ich nicht, sind alle Türen abgeschlossen Wo wurden wir denn zwei rein? Ja, es bleibt mir keine andere Wahl Aber hier ist ja auch noch ein Video Dings, Bums Gesettenrekorder oder so Hier ist alles zerstört worden So, hier kann ich wenigstens noch rein Ah Hört auf Mann Ey Mein Herz macht das langsam nicht mehr mit So So Mach ich dich hinsetzen Was ist das? Was sollte? Er haut ihn ein runter Batsch Was? Hat er vor? Wieso? Das ist so eklig 37,9,80 37,9,80 37,9,80 37,9,80 37,9,80 37,9,80 37,9,80 37,9,80 Keine Out Wut 3-3-8-8-80 Ach, jetzt ist es... Ja... Geschafft! Können wir gut Codes merken! Was? Was hat denn mein scheiß Fernsehermonitor wieder gespiegelt? Ach, mein Herz! Jetzt muss ich escapen in der Apartment! Was? What the hell? What is this place? Hätte ich ja auch mal ne Erklärung dafür, was es für ein Platz ist! Mann, ich will nicht... I did it! Was? Immerhin schon zwei Magazine! Sache ist nicht gekommen zu irgendeinem Endboss! Bitte! Nicht! Bitte! Was ist denn das für ne Scheiße? Woher liegt nichts weiter? Hm... Drei Magazine habe ich jetzt schon... Hier liegt auch nichts weiter... Ah, wo kannst du es hier wegstellen? Nein! Sorry! Was? Das ist wie ein Déjà-vu! Das ist wie ein Déjà-vu! Nein! Bitte tut mir das nicht an! Ich hasse lange dunkle Gänge! Wisst' was? So, tun es aus! Einfach mal entlang laufen! Und gucken! Und hoffen! Ah! Speichergerät! So! Apartment! So! Ich glaube ich kann schon wissen, was es auf mich zukommt! Ich hoffe mal, dass ich auch richtig fliege! So! 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 So!